Hallo meine Lieben da draußen, ja ihr lieben süßen Menschen da draußen, so und erstmal tausend Dank für eure unglaublich tollen Reaktionen, die ich bei Instagram zum Thema Michael Wendler und der geplanten Doku auf RTL 2 bekommen habe. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, denn es waren genau nur zwei negative Nachrichten dabei und sonst nur Zuspruch. Vielen Dank und jetzt schauen wir uns doch mal ganz genau an, was hier Phase ist in dem Video. Ja meine Lieben, fangen wir mal an, wirklich mit den Schlagzeilen, dass hier der Wendler eine Sendung bekommt, ja. RTL 2 verhilft Michael Wendler zu TV-Comeback. RTL 2 auf Irrwegen. Hass hat Hausverbot, der Wendler nicht. Also die Quelle ist hier DWDL, ja, und denke, dass man hier wirklich ganz gut nachsehen kann, was überhaupt immer so Phase ist bei den verschiedenen Fernsehsendern, ja. So, die blumige Überschrift Michael Wendlers Babyglück auf RTL 2. So, in Grünwald hat man offenkundig all die Skandale der Vergangenheit vergessen, dass Wendler nahezu alle Fernseher als gleichgeschaltet und politisch gesteuert bezeichnete, egal, dass er Corona-Schutzmaßnahmen mit KZs wirklich wurscht, dass er antisemitische und rechtsextremistische Aussagen auf seinem Telegram-Account teilte, alles vergessen. Und das ist eben das, wo ich sage, ich muss hier eine Kerze der Erinnerung sein und auch bleiben, alleine mit meinem Vermächtnis und dass zwei Drittel meiner Vorfahren im Holocaust umgekommen sind. Und das ist einfach keine Kleinigkeit. Da muss ich schlicht und ergreifend sagen, auch er, der Wendler, hat ja nochmal in einem Statement, das seine Frau Laura bei Instagram gepostet hat, gesagt, gebt uns eine Chance, ich bin ja nur Sänger. Nein, ich finde, dass da eine Chance komplett vertan ist und da gibt es auch nichts mehr gut zu reden und ich finde, das ist meine Aufgabe, klar, natürlich als Jude natürlich auch und natürlich mit meiner Vorgeschichte, dass ich hier empfindlicher auf solche Themen reagiere. Ja, allerdings finde ich eben auch, dass wenn man Meinungsblocker ist, hier eine Meinung zu haben sollte, denn jedes Schweigen ist eine indirekte Zustimmung zu diesem Thema. Und wenn ich meine Meinung zu jedem Käse äußere und auch das kleinste Staubkorn zu einer Wolke aufblase, um irgendwie ein bisschen Clickbaiting zu betreiben oder sich künstlich darüber aufzuregen, da hat man jetzt mal Grund, sich aufzuregen. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, hinterfragt wirklich die Seiten und die Profile, die zu dieser Thematik schweigen, denn Schweigen ist in diesem Falle Zustimmung, Leute. Und das kann ich einfach auch nur so sagen. Deshalb bin ich da basserstaunt und klar bin ich jetzt bei RTL2 eine Person an und gerade aber nicht bei RTL. Denn RTL stellte sich ja hier in diesem Falle, blieb RTL der Linie treu und ich weiß, dass es gestern bei RTL ganz großes Thema war. Das habe ich heute Morgen nochmal von meinem RTL-Kontakten gehört, dass es ganz großes Thema war, dass RTL diese Sendung nicht zeigen wird in der Mediathek RTL Plus. Und weder vor noch nach der Ausstrahlung. Und dieses Statement ging auch raus, denn RTL ordnet das ganz genau richtig ein und distanziert sich von der Person Wendler mit allem Ganzen. Und da muss man jetzt einfach sagen, dass zum Beispiel ja auch ein Chris Töpper Wien sich sehr klar positioniert hat, dass sich die Geissens bereits bei Instagram geäußert haben und gesagt haben, also wir distanzieren uns da davon und wenn es uns die Sendung kostet, ist es uns dann eben auch egal. Ich sehe gerade, ich habe hier den Dinger hier drin, so es störte mich. Ja, Leute, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt auch eine Petition und die werde ich auch unter dem Video verlinken. Vielleicht möchtet ihr die mit unterschreiben. Denn selbst wenn man diesen Parolen keinen Spielraum gibt innerhalb dieser Sendung, ist es doch so, dass auf jeden Fall mit Michael Wendler und Laura Müller eine Reichweite aufgebaut wird für die beiden. Und die können jetzt sagen, okay, Telegram-Kanal erstmal tot, erstmal das, so, wir schweigen jetzt, bis die Ausstrahlung rum ist, dann sammeln wir schön viel neue Leute bei uns ein und können die dann wiederum von unserem Gedankengut überzeugen. Und ich kann nicht von einer jüdischen Weltverschwörung sprechen oder sagen, der Holocaust hat nicht stattgefunden, um dann zu sagen, ja, also ich distanziere mich jetzt von der Aussage. Also mal ganz ehrlich, das ist wie wenn, also ich bin da fassungslos einfach, ich bin da fassungslos. Schaut euch mal die Nürnberger Prozesse an, geht mal nach Auschwitz, nach Buchenwald oder überhaupt nach Dachau in irgendein Konzentrationslager und schaut euch das bitte an, was da einfach war und wir dürfen nicht vergessen. Das ist mein ganz, ganz, ganz großer Appell und man darf so etwas auch nicht in irgendeiner Form relativieren oder reinwaschen. Das geht einfach nicht. Dann fehlt die nächste Show mit Attila Hildmann, ja, und, und, und. Also es gibt zu viel Gedankengut, auch zu viel rechtes Gedankengut, auf das wir verzichten können, denn das ist, gefährdet unsere Demokratie und das Ganze ist einfach gefährlich. Wenn ich so einer Person eine Plattform gebe, biete und auch, wenn ich diese Aussagen außen vor lasse, man weiß nie, was kommt im Nachhinein, es kann das nächste Thema kommen, auf das er sich dann stürzt. Es wird hier einfach Geld gemacht und vor allen Dingen von einem Sender richtig Geld rausgeworfen und ihm in den Rachen geworfen, ja. Das ist ja schön und gut, wenn er jetzt nicht mehr das Geld verdient, weder als Musiker noch mit der GEMA noch das, aber hier sind einfach so viele Dinge von ihm da, ja. Steuerflucht, Volksverhetzung, Verschwörungstheorien, Angstmacherei, all das hat stattgefunden. Und da muss ich doch so viel Rückgrat haben, in einer Zeit, wo Homophobie, Ausländerfeindlichkeit, Judenhass an der Tagesordnung steht, ja, bei ganz vielen, wo wir ganz viele Meldungen haben, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, verstärkt eben diese rechte, konservative Linie wächst. Wir haben eine faschistische Regierung in Italien und, 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 da müssen wir doch, da müssen wir doch eine Grenze ziehen und sagen, nein, es tut mir leid, such dir einfach einen Job, fang von mir aus im McDrive bei McDonald's an in Florida und verdien deine Brötchen für dein Kind auf ganz normale Art und Weise. Aber auch das Kind und das Ungeborene so zu instrumentalisieren, das ist ja auch eine ganz fragwürdige Geschichte. Wir haben ja schon viele Baby-Dokus und Begleit-Dokus gesehen, ja, in Ordnung, aber, ähm, wollen wir das? Ich möchte eure Meinung hören zu dem Video, zu der Thematik und es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen ernster sprechen musste. Aber ich muss hier, werde hier auch nichts mehr kommentieren, was bei RTL 2 läuft, also auch nicht Kampf der Reality-Stars, denn keine Aufmerksamkeit sollte diesem Sender weiter gegeben werden oder geschenkt werden. In dem Sinne, ciao.